Der Frankenberger Bürgermeister Rüdiger Hess, Präsident der Europäate und ehemaliger Soldat, startet einen Aufruf, um den Flüchtlingen in der Ukraine, aber auch den Menschen in der Ukraine zu helfen. Rüdiger Hess, Bürgermeister, bist du von Frankenberg, aber du bist europäisch aufgestellt durch die Europäate und du bist Soldat gewesen, beziehungsweise einmal Soldat, immer Soldat. Und dann kommt die Ukraine, ein Land, das sich Richtung Europa orientiert hat, den man im Tausch gegen seine Atomwaffen damals, als die Sowjetunion, versprochen hat, die Souveränität wird nie angetastet. Der erste Schritt war die Krim und nun wird einmarschiert. Was denkt man dann? Also für mich ist das einfach eine furchtbare Zeit, die wir im Augenblick haben. Wir hatten ja ein friedliches Europa und erleben im Augenblick, wie wir mit Herrn Putin, der für mich ein irrationaler Krimineller ist, der einfach ein Land einnimmt und mittlerweile ja sagt, weil wir Deutschen, die Ukraine, mit Panzerabwehrwaffen und mit der Stinger Flugabwehrrakete versuchen wollen, dem ukrainischen Volk zu helfen, dass wir jetzt die Aggressoren sind. Also für mich ist das eine verrückte Welt. Ich kann sie nur als irre bezeichnen, solche Positionen, die Herr Putin dort uns gegenüber vorwirft. Ich weiß aber auch durch meine Kontakte, dass es in der Ukraine auch im Umfeld, im Norden, in den baltischen Ländern relativ katastrophal aussieht. Jetzt ist das so, dass die Ukraine, du hast es angesprochen, die baltischen Staaten, aber es wird auch immer vergessen, Rumänien und die Slowakei, also Grenzen an die EU hat. Das heißt, im Falle einer durchgehenden Besetzung, der Installation einer Marionette in Kiew, einer Moskau-Marionette, würde Russland direkt bis an die EU-Grenzen gehen und somit auch an NATO-Gebiet. Das ist ganz einfach so. Ich will auch dann natürlich Moldau noch dazu nehmen, was ja auch direkt daran Grenzen tut. Auch da habe ich Kontakte hin. Und wir könnten ja alle friedlich miteinander leben. Also auch Estland lebt ja, wie auch Finnland, mit der Grenze zu den Russen gut und freundschaftlich. Und es ist auch nicht das Volk, da bin ich mir ganz sicher. Es ist die Führung in Russland, die diese postkommunistische Zeit kaputt machen will und in alten Zeiten gerne wieder zurück möchte. Jetzt ist die sogenannte Friedensdividende natürlich aufgebraucht, wird ja ganz viel Munde. Ich selber habe mir vor zwei Tagen in Facebook den Mund verbrannt, als ich geschrieben habe, jetzt müsste die FDP mal drüber nachdenken, ob es richtig war, die Wehrpflicht auszusetzen. Gut, kann man nicht mehr zurückdrehen, die Strukturen fehlen und so weiter. Aber es gibt ordentlich Geld für die Bundeswehr. Aber das schlägt morgen auch noch nicht zu Buche. Das dauert ein paar Jahre, bis das alles zum Tragen kommt. Nichtsdestotrotz hat die Bundesregierung ja, wie heißt es, schöne Zeitenwende eingeleitet. Sprich, Ukraine bekommt Hilfe. Und zwar etwas, was Deutschland noch nie gemacht hat. Waffen in ein Kriegsgebiet geliefert. Und die Bundeswehr natürlich massiv aufstocken. Wie sieht der Soldat das jetzt? Also ich kann ganz offen dazu sagen, die Bundeswehr hatte ja einmal 1990 495.000 Soldaten auf dem alten Bundesgebiet. Plus nochmal kamen rund 75.000, 80.000 von der NVA hinzu. 570.000, heute liegen wir bei 180.000, 185.000. Ich glaube ganz einfach, dass man eine falsche Beurteilung der Sicherheitslage gemacht hat. Wir haben Fähigkeiten, die die Bundeswehr hatte, für Landesverteidigung massiv zurückgedrängt. Ich denke nur an Artillerie, ich denke an Panzertruppen, die wir dort nicht mehr haben in dem Umfang, wie wir es eigentlich bräuchten. Und deshalb bin ich natürlich froh, dass der Bereich der Landesverteidigung, und das ist ja das, was wir Deutschen wollen, wir wollen ja in Sicherheit leben. Aber ich muss auch dazu sagen, Landesverteidigung muss für mich europäisch sein. Nicht nur die Bundesrepublik Deutschland darf Landesverteidigung machen, sondern in dem Verbund unserer europäischen Partner. Und da gibt es außer der NATO ja auch noch die westeuropäische Verteidigungsunion. Auch da würde ich mich freuen, dass wir dort einfach mal wieder mehr als Europäer mit unserem Selbstbewusstsein auftreten, unsere Region, unsere Länder zu verteidigen. Jetzt ist es so, dass mit, du hast angesprochen, mit der Truppenstärke und der Ausrüstung, muss man dazu sagen, die Bundeswehr mit Mühe und Not schafft ihre NATO-Verpflichtungen zu erfüllen, wenn auch nicht immer voll. Aber sie bemühen sich, also an der Bundeswehr liegt es an der Stelle nicht. Die Amerikaner haben 1973 die Wehrpflicht, den Call-up, abgeschafft, haben aber dafür den sogenannten Selective Service eingeführt. Das heißt, Männer zwischen 18 und 25 müssen sich registrieren lassen. Wäre das nicht der erste Schritt, den man auch hier in der Bundesrepublik jetzt einführt? Also sicherlich war Wehrpflicht immer das Prinzip, was wir hatten, worüber wir ja Reservisten hatten. Und wir hatten ja neben den knapp 500.000 Soldaten nochmal 500.000 Reservisten zur Landesverteidigung. Allein schon daher wäre es wichtig, wenn wir über Landesverteidigung reden, dass wir den Reservestatus wieder besser aufbauen, mehr Reservisten hätten, die dann natürlich auch entsprechend in der Lage wären, dieses Land vor solchen Aggressoren zu verteidigen. Aber ich bin auch sehr vorsichtig bei allen Ängsten, die wir im Augenblick haben. Ich vertraue immer noch auf die meisten Länder, die demokratisch aufgestellt sind und keine Autokraten haben wie in Russland. Und deshalb hoffe ich auch, dass dieser friedliche Weg in der Ukraine weitergeht. Herr Präsident Zelensky, habe ich alle Achtung, dass dieser Herr in seinem Land bleibt, dass der weiterhin in Kiew bleibt, dass er weiterhin bei seiner Bevölkerung bleibt, denn er hatte ja wohl schon Angebote zum Ausreisen. Alle Achtung vor diesem Herrn. Manchmal sind Politiker Komiker und manchmal sind Komiker die besseren Politiker. Ja, stimme ich dir zu. So, nun wird die Stadt Frankenberg der Bürgermeister, aber auch der Landrat und, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Aufruf starten. Welchen Inhalt? Ja, also mir ist es einmal ganz wichtig. Wir haben ja die Situation, dass wir die letzten Jahre viele Flüchtlingsbewegungen hatten aus Menschen, die nicht unserem Kulturkreis angehören. Die haben wir auch gerne aufgenommen mit aller Unterstützung. Diese Menschen kommen auch weiterhin im Landkreis wöchentlich circa 15 bis 20. Wir hatten am vergangenen Samstag ein Gespräch in kleiner Runde schon mit dem Landrat Jürgen van der Horst, wo wir uns in kleiner Runde schon einmal abgestimmt haben, wie können wir Menschen aus der Ukraine aufnehmen. Und dort geht es nicht, dass die jungen Männer kommen, denn die bleiben in der Ukraine, die wollen kämpfen, die wollen verteidigen. Hier geht es um Frauen und Kinder und mir laufen die Tränen. Das kann ich ganz ehrlich sagen, wenn ich die Kinder sehe, die dort nicht wissen, was passiert mit ihrem Papa, was passiert mit meinem Haus, kann ich zur Schule gehen, kann ich nicht. Das macht mich äußerst, äußerst betroffen. Jetzt hat der Landkreis Waldeck-Frankenberg ja auch sowieso schon immer eine sehr enge Bindung zum Beispiel in den Raum Tschernobyl gehabt, hat von dort aus Kinder hier aufgenommen, um denen mal sechs, acht Wochen Erholung zu bieten. Das heißt letztendlich eine Fortführung mit anderen Mitteln jetzt der humanitären Hilfe? Also wir werden sicherlich etwas tun müssen im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Ich habe am Samstag noch telefoniert mit meinem Kollegen Bogdan Wender aus Kielsche, Polen. Das liegt so im Südosten Polens, circa 200 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Der hat wiederum sehr gute Kontakte, eine Partnerschaftsstadt Vilnietsia in der Ukraine. Das liegt 250 Kilometer südwestlich von Kiew entfernt, 370.000 Einwohner. Und der Bürgermeister dort und der Bogdan Wender stehen dort in engstem Austausch. Und wir hoffen, dass wir dann zum Beispiel, dass der Bogdan Wender Menschen aufnimmt aus der Ukraine, nicht nur aus dieser Stadt. Und wir dann Menschen von dort hier nach Frankenberg, nach Waldeck-Frankenberg bekommen, um hier unsere humanitäre Hilfe leisten zu können. Wir haben die Kapazitäten, um Menschen aufzunehmen. Und wir haben vor allen Dingen auch den Willen. Also ich denke, der Wille ist im Moment das Wichtigste, was wir brauchen. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das entsprechend hinbekommen. Und notfalls muss man, wenn man keine Kapazitäten hat, auch wenn es heute die Sonne scheint, es ist kalt, muss man mit beheizten Zelten auch arbeiten können. Oder wir müssen DGHs freigeben oder was auch immer. Ich denke, wir finden Lösungsmöglichkeiten, um den Frauen und Kindern eine sichere Heimat zu geben. Rüdiger, ein Aufruf, den du gerne machen willst, der wird auch in der Lokalzeitung der HNA entscheiden. Was ruft der Bürgermeister von Frankenberg auf? Mein Aufruf ist, dass wir den Menschen in der Ukraine helfen müssen, dass wir den Flüchtlingen, die dort, die zu unserem Kulturkreis gehören, zwingend helfen müssen. Dazu werden wir die nächsten Tage noch Näheres bekannt geben dazu. Im Moment brauchen wir, ich will das sehr deutlich sagen, und das wird auch der wichtigste Aufruf sein, die Menschen in der Ukraine wollen sich verteidigen. Die Männer bleiben dort, das hatten wir gerade schon einmal. Nur, sie müssen auch im Feld bestehen. Wir werden keine Helme, keine Splitterschutzwesten hinliefern können. Aber es fehlt manchmal nur an der warmen Unterwäsche. Und deshalb werden wir hier bei uns solche Sachen sammeln. Eine genaue Liste bekomme ich noch von Bogdan Wenda, die veröffentliche ich auch gerne, werde ich dir auch gerne dann weitergeben. Ich habe sie noch nicht. Und dann wollen wir die Sachen von hier zentral nach Kielsche fahren. Die Stadt Kielsche wird sie dann umpacken und wird mit einem Lkw von der Stadt Kielsche aus direkt nach Viljetia in der Ukraine fahren, um sie dort dem Bürgermeister zu übergeben, um den Menschen direkt zu helfen. Aus heutiger Sicht, soweit es die Situation zulässt. Ich bin mir da ganz sicher, dass wir das hinbekommen. Das ist ganz wichtig. Also ich meine, Transport innerhalb der Ukraine ist inzwischen ja eine gefährliche Geschichte geworden. Aber auch da müssen wir durch. Die brauchen Treibstoff und alles. Es sind ja viele Dinge, die wir liefern müssen. Also nochmal, also ich bin jemand, der auch gerne zugibt, die Kehrtwende, die die Bundesregierung gemacht hat, war in Ordnung, ist gut. Und die ersten Waffen sind inzwischen verladen und auf dem Weg. Und wie auch immer möchte man nicht drüber sprechen, was ich auch verstehe. Also und man redet, auch wenn es nur nachrangige Delegationen sind, wobei die Forderung, die Russland auf den Tisch gelegt hat und eine nachrangige Delegation, dann ist das in meinen Augen. Ich bin kein Strateger, aber Zeit gewinnt sonst nichts. Denn Herr Putin hatte sich wohl verschätzt. Herr Putin hat sich auf jeden Fall verschätzt. Er hat auf keine Gegenwehr. Du hattest die Krim angesprochen. Der hat sich sicherlich gedacht, ich gehe mal hinein. Es kommt ein Kopfschütteln aus dem Westen. Und jetzt hat er sich verrannt. Ich hoffe, dass seine Bevölkerung ihm nicht auf den Leim geht, sondern dass die Bevölkerung ihm zeigt, wir sind das Volk. Das hatten wir vor 32 Jahren schon einmal bei uns in Deutschland, wo das deutsche Volk aufgestanden ist. Wir haben die deutsche Einheit bekommen. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, immer optimistisch in die Zukunft schauen. Ich hoffe auf den Frieden in Europa. Waldeck Frankenberg, der Frankenberger Bürgermeister. Alle Bürgerinnen und Bürger stehen zur Ukraine. Wir unterstützen Sie. Demnächst die Sammlung für die Ukraine. Rüdiger, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Olaf.